Ah, Dixus da, es brennt. Okay, verdammt. Verdammt! Ja gut, das war jetzt nicht die beste Reaktion, oder? Ich wusste nicht, was das macht. Ich musste es ja mal ausprobieren. Die Tür hätte ich gerne bitte zu, danke. Der Hund fand übrigens verdächtig, dass du gestorben bist. Ja, fand ich auch verdächtig. Na, gleich angezeigt, das ist komisch. Und, komm, es ist gleich gehört so. Das ist komisch. Wart. Weißt du, wie anstrengend es war, dieses Ding wiederzufinden? Ja. Und, du könntest auch mal ein bisschen aktiver sein. Hast du den Hund gerade fett genannt? Nein, faul. Fett, faul. Wo ist denn der Unterschied? Das ist ja ein guter Junge. Irgendwo brennt der Dex. Nein, aber es brennt hier draußen. Der Dex hat mich auch schon angezündet und der Hund so. Und hier hört sich so an, als würde... Als würde jemand pinkeln. Läuft der Hund so vieligerweise aus? Ne? Das ist keiner so genau. Der Dex schmeißt ja immer noch Mollys, aber ich sehe nicht woher. Ich suche ihn auch. Das war er nicht. Was war das denn? Was ist... Was war das denn? Das war's für heute. hier sind in irgendeiner Weise keine Leute. Verdammt! Dammit! Wo habt ihr so viel Geld her? Gar nie.